Hallo zusammen, liebe Follower, ich begrüße Sie auf dem Kanal, den Engin Akyurek und Tugba Büyüküstün inspizieren. Der Wert Ihres neuen Zuhauses war erstaunlich. Tugba Büyüküstün und Engin Akyurek, eines der bestverdienenden Paare im Showbusiness der Türkei, wurden im Bodrum Turgutreis gesehen, wo sie ihre Neuanschaffungen schrieben. Das Schauspieler-Ehepaar, das sich mit den Meistern getroffen hat, kümmert sich um alles in der Luxusvilla mit großem Garten und Pool. Engin Akyurek und Tugba Büyüküstün, deren Freundschaft am Set begann und sich schnell in Liebe verwandelte, heirateten 2017. Das beliebte Paar brachte 2019 sein Baby zur Welt. Das Paar, das sich durch seine Beteiligung an Projekten einen Namen gemacht hat und mit seinem Vermögen häufig in der Boulevardzeitung auftrat, nutzt seinen Verdienst durch den Kauf weiterer Immobilien und Fahrzeuge. Engin Akyurek und Tuba Büyüküstün waren erneut die Gastgeber. Sie kauften ein Sommerhaus in Bodrum. Die Schauspieler, die im neu erworbenen Sommerhaus in Turgutreis, Bodrum, vor der Kamera zu sehen waren, haben sich selbst um alles gekümmert. Das Paar tauschte viele Ideen mit den Meistern aus. Er überprüfte das Eckset, das sie auf ihrem Balkon gekauft hatten, drei- oder viermal. Tugba Büyüküstün, die dabei gesehen wurde, wie sie versuchte, die Farbe der Sofagarnituren zu bestimmen, war unentschlossen und bat ihren Ehemann Engin Akyurek um Hilfe. Das Schauspieler-Ehepaar, das in seinem neuen Zuhause, wo es etwa zwei Stunden in der Villa mit Pool blieb, gut gelaunt zu sein schien, reiste dann ab. Das neue Sommerhaus von Tuba Büyüküstün und Engin Akyurek verfügt über einen großen Garten, einen Balkon und einen Pool. Die 50 Millionen TL-Villa des Paares versetzte jeden, der davon hörte, in Erstaunen. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.